Ich bewerte Trinkwassermarken und sage, was sie mir für einen Vibe geben. Let's go! Okay, als allererstes haben wir sämtliche Ja-Produkte. Kann man trinken, muss man aber auch nicht. B-Tier. Als nächstes Volvic S-Tier, ganz klar. Schmeckt stabil, ist gut, kommt irgendwie aus einem Vulkan oder irgendeine Scheiße. Man fühlt sich wie ein Vulkan, wenn man es trinkt. S-Tier. Bei Saskia ist es das gleiche wie bei Ja, aber noch ein bisschen besser. Alle, die Saskia an der Schule dabei haben, fragen den Lehrer auch nach der Stunde, ob man noch die Hausaufgaben vergleichen kann. Aber abgesehen davon, schmeckt ganz gut. Und zu guter Letzt, Geroldsteiner, müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ganz klar. Niedrigstes Tier. Ich meine, man könnte es trinken, man könnte aber auch genauso gut seine eigene Spucke sammeln, die dann trinken. Oder einfach dieses alte Fernsehrauschen trinken, wenn ihr versteht, was ich meine. So schmeckt Geroldsteiner.